Die Gefahr des Hörens von ERF Plus In einer Welt, die Gott ignoriert, ist es gut, dass Ungläubige ERF hören können. Aber jedem sollte klar sein, dass es Ungläubige sind, die es hören. Entweder sind sie ungläubig, oder sie werden es, durch das ständige Hören, oder sie bekommen einen religiösen Geist. Dieser Gefahren sollten wir uns bewusst sein. Welche Gefahren sehe ich konkret? Erstens, es wird ein falsches Evangelium verkündet, das nicht konfrontiert, sondern unterhält. Erstens, schließlich möchte man keine Hörer verlieren. Zweitens, es wird die Ökumene, die Politik und all ihre Lügen unterstützt. In all dem Heraushalten aus Politik wird es als okay wahrgenommen. Drittens, gute Inhalte werden mit schlechten Inhalten vermischt, sodass viele die Lügen nicht erkennen können. Viertens, die Musik ist unterhaltend, aber in den Beiträgen und Liedern geht es nicht um Gehorsam, Reinheit, Umkehr, Buße, Heiligung, sondern es geht um die Liebe Gottes, die dort jedem zusteht. Fünftens, es wird ein falsches Bild von Gott vermittelt und keine Furcht des Herrn. Sechstens, es wird Lehre vermittelt, die niemanden konfrontiert, sondern unterhält. Siebtens, es werden nicht einmal Babychristen erzeugt, denen dann aber eingeredet wird, dass sie Christen sind. Was sind die Folgen des Hörungs? Erstens, viele denken, sie sind Christen, dabei sind sie keine Nachfolger Jesus. Sie lieben die schönen Worte von Jesus, die sie streicheln, aber sie mögen nicht die Worte, die Gehorsam fordern. Sie lassen sich bedudeln, statt im Wort zu lesen. So viele Beiträge dort sind ungeistlich. Zweitens, der Zeitgeist und der Mainstream werden nicht angegriffen, sondern ERF schwimmt mit dem Zeitgeist. Gottes Werte spielen keine Rolle, vielmehr die Werte, die von den Medien und der Politik verordnet werden. Das christliche Volk wird Gehirn gewaschen, ohne dass sie es merken. Drittens, die Menschen hören etwas über Gott, aber es führt nicht dazu, im Wort zu lesen und der Welt den Rücken zu kehren. ERF ist wie Bibel-TV für mich Weltleid. Die christliche Version der Welt mit weniger Gewalt, aber eben mit der gleichen seichten, ungöttlichen Sicht auf das, was Gott liebt und Gott hasst. Viertens, nur eine klare, scharfe Botschaft bringt Menschen auf die Knie, Leben zu verändern. Es gibt zwischendurch gute Zeugnisse, aber die gehen unter in all dem Gedudel und dem Sing-Sang, der da auf ERF gespielt wird. Fünftens, nur eine scharfe Botschaft vom Kreuz, von unserem Sterben bringt Veränderung. Sechstens, die Menschen bekommen einen religiösen Geist, weil sie denken, dass sie weiter in der Welt leben können in Sünde und Gott findet das dann auch noch okay. Siebtens, solange Menschen nicht konfrontiert werden mit ihrer Sünde, immer wieder, solange ist dieser Sender nicht im Auftrag Jesu unterwegs. Achtens, solange die Vermischung der Traditionen kein Problem sind mit der dämonischen Babytaufe, dem Anbeten von Maria und den Heiligen, solange die Lehre nicht biblisch scharf ist, führt dieser Sender dazu, dass jemand den religiösen Geist statt des Heiligen Geistes bekommt, der Sünde nicht konfrontiert, sondern akzeptiert. Ich kann es nicht ertragen, diesem Sender länger zuzuhören. Die Nachrichten sind weltlich und manipulativ. Nichts ist scharf, alles ist unterhaltend. Alle kommen in den Himmel, niemand muss Buße tun und von seinen Wegen umkehren. Niemand braucht den Heiligen Geist. Es gibt sicherlich viele Themen, die um der Ökumene willen nicht angesprochen werden. Die Kritik nochmal auf den Punkt. Christ sein ist nicht etwas zu bejahen, sondern es ist Jesus nachzufolgen. Beim ERF wird weder Wert darauf gelegt, wie man Christ wird, durch Buße vor der Taufe, noch wie man Christ ist, nämlich das Halten der Gebote Jesu. Bekehrung ist, dass Gottes Geist bei uns einzieht und wir heilig leben. ERF ist für weltliche Christen, die Jesus zur Welt dazugebucht haben.